zockermade und damit herzlich willkommen zur nächsten folge southpark so wir haben crack befreit aus der schule und ne müssen wir mal gucken was wir machen ach ja wir haben noch die großweltjagd offen moment da müssen wir mal gucken wo war denn das können wir auch noch machen nutze eine flasche reinigungsalkohol das ist ein bisschen tricky hier nutze eine flasche reinigungsalkohol um die mutanten bakterie herauszulocken und zu töten schließen gut wir gehen noch mal rein in die schule und gucken ob wir die mutanten bakterie bekommen müssen noch mal gucken wo das ist wie mache ich das zum henker mache ich das ist das hier wieder man müsste hier jetzt irgendetwas glänzen könnten die sein alter schicken wir doch mal vielleicht 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 weil die anderen sachen die hatte ich ja jetzt hier wegen der groß wegen dieser mann bär schwein geschichte fand ich ja auch nicht konnte irgendwo dran packen hier noch mal gucken wir werden hier wir können das gewesen sein ich habe mir auch nirgendwo rein außer außer ich muss mich verkleinen wie die vollidioten da draußen kommen dann erst dahin ok ja hier gibt es hier geht also nichts wir sehen mal zu dass wir unsere klamotten kriegen und dann hier hinten irgendwie reinkommen oder das muss man auch noch machen aber ich glaube wir gehen erstmal zur Cartman Cartman ist so dann check mal die lage ja ich habe mich gefreut gentlemen thanks to the new kid our entire army is assembled it is my belief that the new kid deserves to rank up in level to honor his efforts he will no longer be called douchebag new kid i hereby dub thee sir douchebag kongratulation okay 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 kongratulation du hast gerade noch eine Gegenstelle bekommen drück die i und jetzt hier okay okay starb der zauberkunst uuuuuh uuuuuh es ist gleich wie der alles klar das reichen gerade an ja gut aber wir können ja nun ändern ja ja Inventar wir nehmen den so haha so ein Lichtschwert ne so ein Plastikding so was macht man da hin perfekten Begriff 10 Feuerschaden also dieses 20 Wiederlichkeitsschaden wäre schon geil das machen wir mal so so und das ist die Frage was noch uuuuuh auf einem brennendes Ziel ok sehr schön so dann machen wir noch 10 Schockschaden oder komm das sieht richtig Porno aus oder wir machen wieder über die oder bluten ne wir nehmen das sieht halt ein bisschen cool aus hoch jawoll 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 aber es so Funken machen wenn ich den jetzt raus nehme dann blitzt er dann blitzt er ist viel cooler also eine Stinkebombe da naja ok was haben wir hier Level 3 zieht Kraft aus deinem Hirn ok ok ja das müssen wir natürlich nehmen ist angelegt uuuuuh da kann man auch was drauf packen ist auch geil hoch so machen wir hier Level 3 Machtrobe des Magiers erhöhte Feuerschaden um 15% aber guck dir das an ja ne ne ja wir nehmen den dann machen wir hier ändern ablegen oh da muss ich gleich noch ein paar Dinger holen wir gucken gleich mal da kann ich auch was rein wollen das hab ich gar nicht gesehen sehr geil so jetzt gehen wir mal kurz hier ich will hier was kaufen wuch k gut pass auf dann legen wir die jetzt erstmal an hier so hier ändern so man krieg's jetzt erstmal das war das was war das du hältst du gehalt wirst den so hoch so dann können wir hier noch ein machen so war nur rüstung scheiß drauf brauchen wir nicht ich weiß nicht Was kann man da? Ja, ja! Aber jetzt sehen wir, wie du dich gegen einen realen Gegnern hast. Hey, Malgerton! Malgerton, kann man uns helfen? Sie können nicht helfen, dass sie mich nicht sehen. Ja? Hey, Scott, kann man mit Douchebag zu sparen? Er wird versuchen, einen neuen Bewegung. Ich bin gut! Jetzt, Douchebag, komm her! Okay? Ja, ja, ja! Dude, das war süß! Du hast das Scheiße richtig gemacht, Skats Fass! Okay, Skye, geh zurück in deinen Post. Danke! Sehr geil! Use es wiserlich in der Battletoosebag. Und niemals auf einem Mannspaß. Niemals auf die Eier. Wenn die Karrier-Ravens richtig sind, ist der Bard am Ende des Giggling-Donkeys. Wir müssen ihn finden, bevor er den Stick zurück in die Elben-Forest. Lass uns den Barden finden und bringe ihn zur Justiz! Lass uns den Giggling-Donkeys! Oh, geht schon abwärts hier, Alter? Ja? So, so, so. Jetzt klatscht nochmal alles weg. Da kann ich auch hier schlafen verkaufen. Wir brauchen Kohle! Alles weg! Oh, Alter! Lass uns mal ein bisschen essen hier! Bisschen d'hose, Alter, alles weg! so waffen level 4 krumm säbel keule bla bla und dann hier später hier winterstab weiter feuerschwert plus 400 alter 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 axis aufhalten so ausriss kakaos ich habe gerade noch einen scheiß gekriegt ja okay das ist nichts für mich feinheiten geltische kriegsbemalung auch sehr geil kostüm flicken das ist wichtig okay jetzt nichts tolles dann hier vielleicht noch mal maler tränke da auf jeden fall nimm auch noch was mit so okay ja warte neue quest jawohl so kräg ist der zingel au es tut mir leid das zu hören kumpel die überarbeiten alleine sie hat mich zurückgehalten okay okay there it is the end of the giggling donkey paladin are you sure the bard is hiding out in there that's what twitter says carrier raven butters sorry that's what the carrier raven says craigen token guard the back door butters kenny sir douchebag the end of the giggling donkey harbors the scum of all zaron a glass of meadowland is no meadow white today only fairy ale kinds of fairio then so has uh anyone seen the bard lately a cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs sure he's here all right he's got a room down in the cellar ah and i shall pay handsomely for his services sir douchebag butters douchebag go down and flush him out princess kenny and i will be waiting here to murder him remember the bard can you songs to enchant don't let him get to you you think the bard really down here 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 it's a trap it's a trap you should have never come here humans i am a level ten bard and with my loot i shall power up my elven guard with magicalps with magical songs with magical songs magical song evaporated Magical songs of Enchant Magical songs of Enchant Okay, es ist natürlich Feuer angesagt. Juhu! Okay, bringt nichts. Ich kriege auch noch nichts. Dann kriegst du einfach den hier in die Tür. Boah, Mann! Runtern. Und weggebühren. Ist das geil, Alter. So, da kriegst du so ein Halt dran, gell. Ja, ich glaube, ein kleiner reicht. Erstmal hier, komm. Hau rein. Gut. Ich klatsche hier wieder mit Feuer weg. Einfach weggeburnt, Alter. Einfach weggeburnt. Und ich werde immer mächtiger. 156. Moment. Komm, wir probieren es trotzdem mal. Nein, hi. Komm, wir kriegen es trotzdem nochmal einen kleinen Halt dran. Sicher ist sicher. Und dann probieren wir es nochmal so. Boah, Mann, Alter. Lass du liegen da unten, du Affe? So, ich glaube, den können wir aber so wegklatschen, ne? Probier es mal. Sehr geil. I have to go to the bathroom. Oh. Yeah. Perfüu. Wow, what a buttkicking. Oh, I wanted to show mercy. Sehr geil. Sehr geil. Hau ab, alle. Oh, da stehen sie am warten. Kann ich irgendwas tun? Oh, Alter, woher mit dem Pfeil ist, sie sieht. Okay, ich muss das Pfeil von Pfeil. Okay, ich muss das Pfeil von. Oh, das Pfeil von Pfeil. Oh, das Pfeil von Pfeil. hier war noch mal drachen schrei und soll jetzt hier irgendwas tun können vorbei war da du hast also einfach beherrschte p an bis die ford gerade ausgewählt ist benutzt du die ford gerade an offenen feuer mit uns erzeugen heute gedrückt wenn du die ford gerade auswählen mit der maus abzufeuern What the fuck I do? Okay. Könnt ihr jetzt umgehen, ne? Hey, wer ist das? Hey, wer ist das? Hey, komm, wir hauen die auch mal weg. Ihr gehen keinen Sinn, Alter. Ich hab mir mal hier auf den Weg. So, jetzt stehen die nebeneinander und dann geht es richtig in sie sich. so kann man hier auch noch mal so oder schenkt einen hammer gegen einen gegner angepasst wird sehr gut drücke schnell a und dann der linken maustaste um zu werfen wenn du den blitz gut den klatschen mal weg das heißt wir brauchen erst mal man hat dran noch mal ein klein doch jetzt ford granate halte ich muss gedrückt bis das kassi ist und kippe damit linken maustaste einheit und er ist angepisst ich klatsche mich weg hier ich muss das noch mal probieren hier sorry naja so mächtig kriegst du noch mal ein dann läuft los 11 kurzen so sieht das nämlich aus was ich mit uns anleg ja ja ich komme hier lang was achte oben sehr schön ja kannst du machen ja dann geht es weiter wie geil ist dieses game Leute, wie geil. Was ist das? Erster ist ausgescheitert. Okay. Gehen wir nochmal zurück. Mischen die Karten dann aus. Willst du noch mal was? Moment. Ne, ne? Ich konnte nur einen ausschalten. Dann würde ein Assi. Zack. So, Anna liegt auf dem Boden. Ich tue natürlich den Racken schreien. Auf ihn hier. Und er bürgt einfach nur weg. Wanda, es gibt ihnen den Rest. Kommt ihr Platz, Alter. Kannst du nur ein bisschen mehr zufangen? Cartman, du bist so eine Pfeife, Alter. Aber die größte Pfeife, irgendwas. Level 4 habe ich ganz sicher gekriegt. Manchmal gucken. Noch irgendwo was? Können wir die Wohnung ja mal auseinandernehmen. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Du kannst mich noch nicht lösen. Ich bin nicht tot. Du kannst mich noch nicht lösen. Oh, hier durchklicken. Das ist hart nervig immer. So. Moment, Moment. Was hat man gekriegt? Hier. Was ist das? Na, scheiße auf die Zanzangrufe. So. Gruppe. Wir brauchen. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Ah! Verzackt. Dein Wort ist der Kommand, mein Herr. Hast du mit? Meine Fresse. Kann ich das jetzt nicht ändern? Ich kann die nicht nehmen. Warum? Mich freck das? Ich will hier nicht rauskommen. Warum? Ich will hier nicht rauskommen. Warum? Schau. Was soll ich sagen? Ich habe mich nur zu dem hier angestellt. Die große... Okay, machen wir. Wollen wir hier schon ran? Ja. Oul... Okay, 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 okay. Ja, das war okay. Machen wir gleich. Toma, da! der schwarze humor ist der oberbörner labert er jetzt hier um ich bin jetzt auch er denn da Ja, das war einer. Nein? War das hier? Hier? Ja, aber wie? Drücke schnell AD, dann klick in den linken Maustast, um zu werfen. Wenn du den Blitz siehst, ja. Ich hab keinen Blitz gesehen, ich hab einfach mal gedrückt. So. Dann drücken wir ihn auch mal rein, auf alle Fälle. So, und ich werde es hier richtig ausreißen. Ach ne, jetzt hab ich mir sehr... Ah, scheiße. Egal, jetzt brennen wir hier auch noch weg. Das brennen, das haut so rein. Nein. Okay, da geht nichts mehr, also nur noch normalen Angriff. Den klatschen wir jetzt weg. So, weg ist er. Oh, lass es brennen, Alter. Wie heftig. Aber da muss ich das selber machen, ich brauche jetzt mal Mana. Super. Full, Alter. Ich schläufe ich dir mal wieder auf dem Fall, Alter. Ach, scheiße, drücken wir schon. Forstgranate. Ach, der ist ja immun gegen Forsten. Warte, jetzt kriegst du ja erstmal... Da war der Heiltrank, Heiltrank, da. So. Warte, jetzt kommt deine Stunde. Boah! Erfnischer Hexenjäger. No, 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 no. Oh, Alter, ist weggeblöck! Weißt du, was ich bin? So, wir lassen dich nochmal brennen, du Sack. Da brennt die Mütze wieder! Herr des Feuers! Boah! Boah! Np! Zack! Jetzt! Jetzt, mein Freund! Oh Gott! Geheilhut! Hallo, wie geil ist die Waffe, kann das sein? Ach, scheiße, ich konnte da, konnte da! Nein, ich kenne keiner! Aber ich mag ihn irgendwie. Wo ist der König? Er ist da oben. Er ist schlecht. Gut, dass meine Medizin-Skills sind plus 4. Wir werden den Waffe. Ihr seid auf der Strecke. Gut, Leute! Welte... Äh... Nach hinten gegelte Perücke, Barkeeper-Schnurwalt, Gay-Gesundern-Groß, alles klar. Ja... Ähm... Jawoll! Ach, der... Der Hammer! So, Leute! Wie es, äh, weitergeht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Nein! Wir gehen dann hoch! Ist doch klar! Machen wir noch! Hihihi! 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 Ich kann jemanden, was den brauch wie. Knallhaaaaat wird ja weggekneild! Himmi´s Garanschlüssel, sehr schön! Atmen, haua! Es ist aber mit hartvergewaltigt, Alter. Sie hinderten Affen, Alter. Oh man, du hast dich geholfen, du hast dich geholfen, du hast dich geholfen. Wir kloppen hier die Brüder komplett auseinander, ist klar. So. Ja. So, wie jetzt hier? Was ist los? Hallo. Okay, okay. Wie, 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 was jetzt? Ich komme hier nicht, äh. Was ist denn da wieder runter? Oh, der fuck jetzt doch. Ah, ne, falsch, ne. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Wuhu. Alter, wir robben die Bude so auseinander. Keine Ahnung, du bist frei, ich bin Level 5 WTF hier. Penner. So, can you not be fried gerade? Wieder ein neuer nichts bekommen, sehr schön. Aber das war es hier, oder? Oh. Princess Keine, how badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard, that's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Ah, can he do that? He has the stick of truth, he can do what he wants. Damnit. Hehehe. Hehehe. Hehehehe. 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 Eure Zockermahle. Es macht sehr viel Spaß muss ich sagen, sehr viel!